Oh, es geht los. Puh, Hint. Oh Mann ey. Puh, Allah. Oh, ich hasse, ich habe keinen Bock heute im Bosser zu werden, wirklich. Gar keinen Bock. Ich muss gucken, wo ich hin muss. Ey, jetzt ist hier keiner drin. Ich kriege die Krise immer. Das macht Captain Jacket-Siles. Hat auch Aufgaben, ich habe Angst. Was macht der? Angst. Oh, Electrical wieder, ey. Da habe ich gar keinen Bock reinzugehen. Geh ich da rein? Ne. Ah, ich muss doch Electrical. Nääääh. Ah, ne, der hat dieser Alert gemacht, ne? Dann gehe ich doch lieber rüber. Achso, schon deaktiviert. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Oh Max, wenn ich gegen. Schieß. Max spielt auch viel zu gut, Alter. Das ist der alles für Taktiken, die ich überlegt habe. Mhm. Franky, äh, ich will nicht. Ah, ho up. Ah, verpiss dich. Okay. Hallo? Oh, vielleicht zwei wieder. Ja, ansonsten kann ich dazu nichts sagen. Ich kam aus der Cafeteria, wollte gerade Richtung von, also weiß gar nicht, was ganz rechts ist. Da wollte ich auf jeden Fall hin und hab den Gelben danach spät und ja, hier sind wir. Also wer, wen hast du mal gesehen? Wen? Grievy habe ich gerade gesehen. Grievy. Und in dem Weg kann ich aber leider niemanden gesehen. Ich kam aus der Cafeteria, die Woller. Und wohin bist du gelaufen? Welche Richtung? Wo lag es denn? An dieses, ja, Steuerzentrale oder was das ist. Ah, von Navigation, wahrscheinlich hast du es. Warte, wo genau liegt die Leiche? Ich hab's aber noch nicht ganz gecheckt. Bei O2 liegt die Leiche. Okay, und Marfor noch nicht gefunden, hm? Äh, Flo? Mhm. Warst du schon mal in Electrical? Äh. Äh, diese Runde war ich noch nicht in Electrical. Okay, dann kannst du mir erklären, warum du vorab nur darunterläufst. In Storage gibt es eine Aufgabe mit den Farben, also mit den, äh, Dings. Ja, wie kannst du das zuerst machen, wenn du noch nicht in Electrical warst? Weil da gibt's ja bestimmte Reihenfolge, die du machen musst, um, du musst zuerst in Electrical rein, dann da die Wires verbinden und dann musst du da raus zu Storage. Und du sagst mir gerade, du warst nicht in Electrical. Die kann man so machen, Bro. Real Talk. Ich war nicht in Electrical. Der hab ich aber auch so gemacht. Okay, ja gut, dann fällt. Deine Sache. Aha, mag. Aha! Über diesen komischen Karten-Ding der Amts-Borgern. Ich krieg das einfach nicht hin, also es hat, glaub ich, jeder gesehen. Machst du auch immer ein, wer zu schnell oder zu langsam? Ja, genau. Ich fühle dich, ich fühle dich. Einfach immer schnell hin und, die Kabel nicht loslassen und hin und her swipen. Irgendwann funktioniert. Nee, Junge. Aber nochmal was gegen Flo. Sorry, Flo. Warst du fertig mit den, mit den, mit den Wires? Also mit den, mit den Kabeln? In Storage? Nee, ja. Ja. Die, die Bar ist aber nicht hoch. Okay, dann hast du dich vielleicht verguckt, Bro. Nee, ich hab mich nicht verguckt. Ich hab genau drauf geachtet. Ich hab so das Gefühl, einer von den beiden könnte... Also ich kann nicht mehr sagen... Also ich weiß, da Max die ganze Zeit Flo anhaut. Ich weiß nicht, ob's dann... Also ich finde Max sehr aggressiv. Ja. Ja, klar. Also ich hab die Aufgaben gemacht mit dem Schiff. Ich hab die Aufgabe gemacht mit dem Upload und dem Download. In Admin, ich hab die Karte geswiped. Und jetzt war ich noch in der Lektik drin und hab da die Wires verbunden. 4 Sekunden. Ich hab so eine Ahnung. Ich bin Max. Das klingt auch nach viel. Was machen wir jetzt? Ich hab Max gewählt. Äh. Oha. Hey, what the fuck? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Also ich hab geskippt. Ich hoffe nämlich nichts mitgekriegt, deswegen... Wäre ja unfair. Ja. Ich enthalte mich auch. Ich hab gar nicht abgestimmt. Das ist ja auch's fristisch skippen, oder? Aber ich vermute Flo tatsächlich. Weil Max so penetrant auf... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Flo das machen würde, wenn... Äh, Max machen würde, wenn er keinen Verdacht hätte. Okay. Hey, Fox läuft nach rechts, obwohl der Mac Meltdown links ist. Ist auch sehr skeptisch. Na, okay. Muss ich jetzt hin eigentlich, wo bin ich? Da bin ich. Okay, muss ich hin. Oh, Captain Jack. Ich hab Angst. Ich warte hier. Aber Fox, der ist noch hier drin. Ich glaub Fox, der ist verdächtig irgendwie. Ah, nein. Piss dich. Er ist gekillt. Knie beugen. Okay, ich hab mal gedrückt. Vielleicht hat man Max doch falsch rausgeschmissen. Weil, gerade als der Alarm losging, ich glaub, war das Jolie, die mit mir von da, Navigation, die Ecke da hochgerannt ist hin, kam uns Flo direkt entgegen, nach rechts und es runtergerannt ist. Das ist der Einzige, der wirklich schnurschrank nach rechts und runtergerannt ist. Ja, Fox ist aber auch nach rechts gerannt, muss ich sagen, dass er dann losgeht. Also, Fox hat mich gerade auffällig verfolgt, aber er hätte mich vielleicht toten können. Du meinst, als der Reaktor losging? Als der Reaktor losging, ist Fox nach rechts gelaufen, hab ich direkt gesehen. Okay, warte, 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 jetzt kann ich sagen, ich hab Reaktor gefixt. Ich hab Reaktor gefixt. Stimmt, Flo hat Reaktor gefixt. Stimmt, Flo hat rechts gelaufen. Flo war mit Reaktor, hab ich gesehen, ja. Ich hab Reaktor gefixt. Brody, Flo, ging. Aber dann muss er durch ein Vent dahin gekommen sein, weil, sorry, ich hab den ja gesehen und Jolie kann das ja, ich glaube, es war Jolie kann das bezeugen, er ist uns entgegengekommen und runtergerannt. Also, ich bin einfach nur hinterhergelaufen. Ja, egal, ich bin, das war gar nicht mein Movement, ich war in Electrical und bin durch Electrical Lower Engine in Reaktor rein. Also, wer natürlich bei Reaktor war, hab ich ihn leider nicht gesehen, so schnell war ich nicht da. Also, ich war, ich hab oben, ich hab oben Reaktor gefixt und zwei am unten, zwei standen unten. Wem bin ich gerade, wo? Nein, er kam uns entgegen, als wir aus Navigation raus und dann hoch sind Richtung Cafeteria. Da bin ich dir, ich bin nicht dir nach dem Markt. Nein, nein, anricht. Ey, sorry, ich muss dich jetzt boten, weil das absolut nicht mein Movement war. Ich war in Electrical. Aber, nee, 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 André war definitiv hinter mir. Also, das kann ich sagen. Wir sind zu dran, wenn die Reaktor verlaufen. Dann hat Lower Engine hoch in Reaktor, hat Reaktor gefixt und das war gar nicht mein Movement. Ja, aber wer habt ihr denn jetzt alle gewählt? Ja, ich bin doch nicht gewählt. Es war für mich super auffällig gerade. Er sagt ja genau das Gegenteil von dem, was passiert ist. Ja, du auch meiner Sicht auch. Ich weiß nicht. Das war irgendwie komisch. Also, ich fand jetzt nur Fox ist am skeptischsten, was ich gesehen habe. Deswegen wollte ich, würde ich Fox mal voten jetzt, aber... Ich hätte doch jemanden töten können, hab's ja nicht getan. Aber ich wurde ja auch nicht getötet. Weil du Imposter bist. Ja. Ey, du hast es, Leute. Es ist André. 100% André. Ja. Würde ein Imposter zum Schluss noch sagen, ist es André? Das ist jetzt die Frage, ne? Um für einen anderen Kollegen vielleicht zu safen. Ich weiß es nicht. Oh, ne, es ist wieder dunkel und ich bin rechts. Äh, ich hab Angst. Wo fixst man Lichter nochmal? Es war in diesem Moment, dass er wusste, dass er mich verletzt hat. Keiner hat ihn suspektiert, einfach. Wer ist es noch? Ist es André noch oder wer ist es noch? Ich hatte noch Angst vor, ich hatte noch Angst vor, Frenkie, ja. Ja, ich dachte, du bist mein Alibi. Ich dachte, du bist mein Alibi einfach. So. Ja, schön. Geschickt hier. Mein Name ist Alibi. Aber jetzt ohne Scheiß. Jetzt ohne Scheiß. Ich bin mir ziemlich sicher, Flo kam mir da oben entgegen. Das war noch nicht mal gelogen. Also vielleicht Ende der Runde. Aber als der Alarm losging, ich hab's ja selbst gefixt. Ich war einer der Ersten, der da war. Bei der Alarm losging. Flo kam mit mir aus Electric. Und dann sind wir, upper engine hoch. Hä, aber was ist mir denn da entgegen gekommen? Ich muss mir das mal wieder anpassen. Was ist mir da entgegen? Was war das? Ohne Scheiß, das war nicht gelogen. Ich hab wirklich Flo gesehen, wie der mir entgegen kam. So entgegengesetzt der Richtung, wo wir eigentlich hin müssen.